so liebe kämpfer unser nächstes ziel mikolaiki mikolaiki ich hoffe ich spreche das richtig aus und hier sind wir auf den campingplatz vagabunda eingetroffen und vagabunda ja das ist richtig nummer zwei steht er auch noch und den zeige ich euch jetzt mal ganz kurz nur komme ich gehe noch mal hier vorne hin da steht das noch mal ordentlich dran gaming vagabunda ihr seht das wäre das nicht so gut wo kommt man da drüben kann wir rüber gucken da wo wir gleich hingehen wollen zu fuß und manche da steht nikolai kach nikolaiki ich weiß das nicht aber ihr wisst ja was ich da wollen wir jetzt rüber seht ihr das so ein bisschen ehrlich das habe ich mir rausgesucht dass ich das gerne mal besuchen möchte da gehen wir jetzt hin und da werden wir auch ein bisschen was essen aber jetzt zurückkommen ja kommt mal von hier oben hat man ja schon so einen überblick über den platz die saison geht ja hier nun auch langsam zu ende und er hat uns gesagt ihr könnt euch hinstellen wo ihr wollt das haben wir natürlich auch gemacht wir stehen da unten das seht ihr schon hier vorne ist eine entsorgungsstation strom gibt es ja auch hier geht das immer nach wohnmobil wie viel person und willst du strom haben so guck mal und da geht es hin zu den toiletten häuschen also entsorgung hatte ich schon gesagt entsorgung ist das chemiklo da steht ja auch irgendwas dran glaube ich ne die haben ja auch hier wieder diese wochenend häuschen hier kannst du wasser nehmen da gibt es auch noch eine base ich gerade da will ich jetzt aber gar nicht hin hat dort die wasser so das kann man hier dann ablassen und das weiß ich chemiklo weiß ich nicht immer hier das geht hier noch weiter da kannst du auch überall sich hinstellen guck und ja und wir noch mal überblick über den platz da sind bildton da hinten die kann man schon sehen und du sollst hier nicht schneller fahren als 55 kilometer doch guck mal schade dass das wetter nun nicht mehr so schön ist und da ist eine pütze das zeigt das hat hier vorhin auch bisschen geregnet und hier stehen wir noch mal so ein rund schwingt chemiklo kann man hier auch wechseln oder auskippen da steht da ja an den gelben schild so nun bin ich doch noch mal hierher gegangen guck mal dahin ist für die mädels hier vorne kannst du abwaschen nehmen wir mal hier so rum für die männer muss das ja auch noch irgendwas geben gucken wir mal ich nicht lesen ich bin ich auch richtig hier auch eine treppe hoch so guck mal hier ist das mädchen keiner da so guck mal wie das hier aussieht hier ist eine lichtschale das musste ja nur nicht sein so hier sind duschen ich nehme noch ein das sieht hier so aus dusche 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 und hier ist sogar für behinderte auch ein klo eine dusche ja und klo habe ich noch nicht gesehen brauchen darf man hier nicht so ein licht ausmachen wieder so erledigt und dann gucken wir mal weiter auch wc ist denn hier auch keiner drin so guck mal so sieht es ja auch die wc sind dahin oder bin ich wieder was ich alles für euch mache hier rumlaufen und so wc chemie da muss man hier rein gehen wo ist denn das chemie da muss ich noch mal gucken da muss ich noch mal gucken da muss ich ja vielleicht noch hin hier schien die klo guck mal ach das schmeißt du denn hier so rein und da ist auch eine dusche da kannst du dann spülen so braucht man ja nicht wir sind ja bestens ausgestattet so hier ist noch ein kinderspielplatz gucken dann haben wir das auch gesehen so und dann haben wir von hier aus ja noch mal überblick über den campingplatz dann habe ich euch das jetzt auch vollständig gezeigt deine mitte ist eine stromsäule die gibt es kleine parzellen oder du stellst dich einfach so hin zumindest war das jetzt so werden als wir hier angekommen sind bitte und kanus kannst du hier wohl auch mieten bitte guck mal von campingplatz wir laufen ja jetzt in der stadt um das mal zu sagen aber hier so eine treppe runter gehen und dann ist man schon am hafen hier unten am jachthafen da müssen wir nur noch einmal darüber es ist ja vielleicht gar nicht mehr so ganz weit auch nee das ist ganz schön weit mama mia guck mal liebe camper da wollen wir jetzt rüber das ist doch noch ein bisschen weiter dann gesagt zehn minuten zu fuß na gut erkennt mich nicht dauert immer alles ein bisschen länger so das werden wir aber noch hinkriegen glaube ich oder guck mal bald haben wir das geschafft über diese brücke muss so gehen und dann sind wir bald doch so war ein blick in die andere richtung da läuft gerade das piratenboot aus jetzt kriegen wir das noch rauf es geht jetzt auf kapa fahrt heute ist montag nicht vergessen das bedeutet am wochenende und in der saison ist hier bestimmt der ich gehe mal wieder so mit euch spazieren so guck mal die shop hängen jetzt auch hier italienisches lokal das wollen wir aber gar nicht und hier ganz viele restaurante eins nach dem anderen und dann haben wir erst mal ein bier getrunken damit man auch noch zwischen den dorst löschen kann kann man ja wohl verstehen dass man so kommt man hier genau gegenüber so ungefähr jedenfalls der campingplatz vagabonda also viel zu laufen ist man bleibt aber auch nicht sehr sport so fahr ich jetzt auch immer fahrrad so der himmel bedeckt sich immer mehr glaube wir sind jetzt auch hier genug gelaufen und wir haben so einen kleinen eindruck wir wollen ja auch nur eindrücke sammeln um zu sehen ob wir noch mal wieder herkommen so wir waren jetzt eben lecker essen und die abendsonne kommt noch raus und jetzt gehen wir nach haus hier aber noch einmal hier vorne hin das ist ja wirklich schön jetzt anzugucken so liebe kämpfer bereit gleich zur weiterfahrt ich hoffe der kleine beitrag hier vom mikolaiki und den campingplatz vagabunda hat euch gefallen und wir sehen und hören uns wieder beim nächsten mal bis dann erst mal sag ich tschüss